Einst meiner Skeletze rastet übelst aus, was hat der für Probleme, was? Es kann nicht alle stehen hier in Formationen, dass ein Skelett, das rennt die ganze Zeit hin und her, das ist total verwirrt, das siehst du wahrscheinlich nicht. Alle stehen hier, der eine, der kann nicht zu mir hin, weil die anderen Skelette in den Blick blockieren, da rennt er die ganze Zeit auf und ab. Okay. Also ich brauche nach. Also ein Freidenker. Das ist wie so eine Ameise, der ich meine, in die Kolonie rein kann. So, hier ist der Hühnenhafte Aspekt, euer Golem hat eine Chance von 2% zu einer Aktivität, Abklingzeit von 2 Sekunden zu reduzieren und eine Chance von 1% eine Leiche zu erzeugen, wenn er einen Gegner mit seinen normalen Angriffsschalen zufügt. Das ist dann 25 Minuten, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich weiß gar nicht, ob das ein Albtrum Dungeon ist. Schließt der Grabstätte er von Leuten ab. Und nicht. Nichts will ich. Ja, das werde ich nicht. Also nicht wert, meine anderen Sachen dagegen auszutauschen. Wo ist denn hier ein Gebiet, wo wir noch nicht entdeckt haben? Vielleicht finden wir ja noch Festungen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich sollte mir vielleicht markieren, dann wäre, glaube ich, einfacher. Und zwar hier. Jetzt sehe ich nämlich hier so einen Wegmarker. So, irgendwie sagt ihr mich, soll hier lang gehen. Also gehe ich hier lang. Dann reiten wir. Hussar. Das kann ich hier nicht tun. Dann können wir uns ja wieder mal kloppen mit irgendwas. Jetzt ist eine Quest. Ah. Das war aber ein paar machen. Da bringt ja irgendwie nichts, wenn wir irgendwie jetzt hier die ganzen Albtraum Dungeons machen und sind hier auch voll hochpowern. Und dann machen wir ihn neben Quest und dann voll chillig und einfach. Wir sind da sowieso nicht schwer, die nehmen Quest, wann waren die den schon mal herausfordern? Ich meine einfach. Irgendwo ein Schrein. Oh ja, ich bleibe definitiv schneller an. Ja, meine Basisangriffe sind jetzt 15% schneller. Ich merke es auf jeden Fall. Ich bin da lustig, wenn ich Gegner angreife, meine Angefauer noch mal schneller. Dann habe ich irgendwie so was, wenn ich mein Verserker Modus aktiviere. Natürlich irgendwie. Ich habe hier einfach mal meinen Knochen sperrt durch eine Blutelanze ersetzt. Ich bezweifle aber stark, dass das besser ist. Dann habe ich meine Tentakeln ersetzt. Ich bin gespannt, wie das ist. Vielleicht kann ich den Daniel darin auch einsperren. Wer wagt es, den Kreis des Feuers zu betreten? Er ist in den Kreis des Feuers reingekommen. Dann habe ich mir gedacht, der Satz nicht bringt wirklich jetzt. Ich bin da durchgelöst. Das ist ein Alter, ja, ich sehe, aber ich kann ihn ansprechen. Oh, geil, noch mehr Obolusse. Oh, jetzt ist eine stille Truhe. Gib mir was Gutes. Da war nur Müll drin. Kein Schlüssel. Das war wohl. Ja, ich war jetzt auch immer. Wunderbar, schon in dem Gebiet. Ne, da oben ist auch noch was. Aber da müssen wir. Ich gehe mal koordiniert. Ich tue mir so Pins machen. Wenn ich nicht alle zwei Sekunden an die Karte öffnen muss. Das ist auf mich losgegangen, die Fliegen. Aber ich sage, was bin ich wieder, habe ich wieder ein bisschen weiter gemacht. Ich habe schon den nächsten Boss gemacht. Ja, gut. Ich habe gedacht, da wäre ich schon der finale Boss. Ja, noch nicht. Ich habe irgendwie so bei Aufgaben irgendwie so, so in der Datenbank nachgeschaut. Da irgendwie, weil ich war irgendwie Kapitel 5, 1 von 1 von 4 oder irgendwie sowas. Da kann er ja nicht sein, dass dann der Dings kommt. Wenn noch vier Dinger übrig sind. Ich meine, ich sollte vielleicht ein bisschen weiterspielen. Maximum von meinen Soldaten erreicht. Ja, ich habe mich, dass ich noch mehr haben kann. Ja, ich habe am Internet, da steht, man kann Maximum ist 14 Diener. Oh. 137 Skelettkrieger, 5 Magier und ein Golem. Ich bin auch nicht bereit. Ich habe ich leider schon erreicht. Steht nicht nur so rum, helft mir! Ich warte auch schon, Kollege. Wirklich ab. ich weiß nicht ganz gut gut sein soll ganz ehrlich einen angriff machen nur einfach noch ein gefängnis dafür gegen einsperren irgendwie ein effekt oder irgendwie so war keine ahnung für jeden der drin gefangen ist kriege ich essenz oder so ok ich habe keine ich kann ich bin voll der über portes spiel so für kompetitiven weil sich nicht es geht immer befreien mehr leute sind keine angst das ist sicher da draußen nur ganz jetzt hier umbrennen zwei hand wenn sie wegen der ich will auch legendäre waffen warum kriege ich keine legendären waffen du bist doch schon so okay dann ist derjenige das am nötigsten hat die sachen kein schreien wenn wir gerade erst ein gab ja jetzt über einen neuen gebiet nach der logik muss ja wieder einer sein ungefähr sind irgendwie wie so panzei die können wie durch alles durchfahren zerstören aber alles ja klar naja ich habe davon getrunken jetzt meine wut voll eine fliege oder nimmt in der truhe verlassene höhen ist das ödnis ödnis na na ob wo war ja jetzt nur für den obolus wir müssen erkennt dass das endgame ist dann in obelus echt wichtig sind ja ich will mehr stärke dass das denn hier am blick der blick irgendwie warum blinkt er vielleicht nicht mehr so ein komisches symbol auf der karte gewesen ja wir sind dafür sachen ja schon sagen meine 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 so ein grausigen gaben im gebiet evp gebiet näher wird wir den baum hier bringen also er ist noch so ein boss in der richtung vielleicht auch mal öfter machen wir mit diesem baum ja ich muss warten ritual städte okay ich habe mal habe hier gemacht 1 von 3 ich habe bei mir schon eins von eins als ich das gemacht habe nur ich kann keine meuse töten ich muss warten aber ich frage der spur ist hohes ganzen dinger die erleben komische fliegen ja ich wusste es kommen ich kann naja genau davon rede ich schrittspunkt in der nähe ja hier aber schon mal hier sind also schützpunkte sind festungen nein ich konnte nicht sprechen dieser stelle die sache stelle das sind sagt die musik ist grad voll übertrieben ich kann mir vorstellen dass man zum beispiel so weit machen kann die gegner damit einstellen und dann die leichten explodieren lassen kann mit leichten explosion oder ja ja genau ich nehme an mein charakter hat wieder gesagt was ist das ich nehme an damit meinte er hat die sache stinken können wir wahrscheinlich so daten die ganzen voll ausgehen können wir wahrscheinlich keinen schaden machen dagegen dann müssen wir erst wieder irgendwann ja würde mir gar nicht auf der karte angezeigt hat ja auch nicht ja vielleicht kommt da wieder der antwort raus oder so naja ist noch so ein ding hm hm ja 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 ein stück ich sehe schon okay ich habe gedacht wir müssen die ranken von dem ding hier folgen ich habe nicht genau da kann ich auch nicht interagieren die verfolgen da ist ja da oben so ein gelber kreis auf der karte das ding zu trinken hat mich wieder voll wütend gemacht das war der plöre was wo da meinst du uns und sie ist gleich tot man hat doch weiß ap dann kann man ja nicht schaden machen war ja die hat gerade angegriffen 23 die solche von alkanos stammt von den toten dieser stadt wie bei allen leichen hier scheint das gewebe von nummer 23 mit dem dämonischen älter übersät zu sein es wirkt immer noch lebendig nach jahrzehnten des zerfalls die bücher lesen was ist hier raus ich verstehe das nicht man muss es mir klären das verdammte mal ich habe nicht genug es mangelt mir an der nötigen menge von wo ich habe immer schnell an ich muss jetzt noch mal lang reichen so schnell wieder weg okay wenn du als gewisse kraft aus dem inneren die schmerzen die 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 Ich hab gar nicht mitgekriegt, was jetzt passiert ist hier auf einmal. Alter, gehen wir auf dem Weg. Au. Ah. 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 Was macht da so viel Schraben hier? Ah. Wer so eine Exklusion ist wie der Tod. Ich nehme auch ganz schön Fischer. Ich habe einen gesperrt. Ich glaube er ist der richtige Zeitpunkt mein paragon auszugehen. ich will mal diesen klöfen socke zwei dinge entfernt von sonnen so ein glück wieder okay ich habe mich mal wo kann man das hier los sie einfach überall nur und so viele dinge gerade auf dem bildschirm ja ich wäre gerne wieder drauf gegangen momenten der so viel aus ok ich nehme hier viel zu viel schaden wird zurück das ist eine schule apk ich muss machen ich muss mir aufgefallen noch mal hier das war meine brust aktivieren nein ah ja gern gemacht die stadt durch die immer so ferne angreifen kaputt machen ja da kommen die da raus na klar ich muss ich gehe rein naja ding jetzt im weg ich muss warten ich bin so ein da hat er lebt streit kolben natürlich nicht heilig ich bekomme die ganze legendäre klar wir sind nicht hier heilig erhöht den schaden eurer nächsten kernfeuchtigkeit um acht prozent aber neu zu sein ok hat sich hat er trotzdem gelohnt ich weiß wir 90 kinden freischalten in 45 minuten beginnt hier sport irgendwie ein weltboss sehe ich gerade auf der karte nur sehen wir das ist ich bin nur noch eins vom legendären knoten oder zwei von legendären knoten entfernt so ist nur so eine quest da müssen wir in der dungeon rein können wir machen ja ich will mal diesen firma jetzt um weltboss machen und damit auf sich hat ja war ein stützpunkt genau das vergessen fertigkeitspunkt verfügbar jetzt haben wir alle fertigkeitspunkte das packte ich den ein ich hatte glaube ich irgendwo eingepackt ich weiß zum beispiel wo ich bin bei mir haben die eine fähigkeit geändert passive die haben die geändert die hatte eigentlich ursprünglich hatte die in den effekt dass ich wenn ich unter 50 prozent leben habe heilungen aus allen quellen erhöht jetzt tut das ein muss ich nicht mal unter 50 prozent sein er erhöht einfach alle heilung aus allen quellen fliegen wir haben das noch gar der obergrund sind ja immer noch gegner noch nicht so viel stärker ich habe jetzt mal korps explosion reingepackt eine axt mit dem namen mit gefühl ich habe eine axt gefunden mit den namen mit gefühl ich bin noch nicht bereit was hat der ist das komische feld ja das ist die gleichen exklusiven nicht mehr sondern die hinterlassen aber ich bin noch mehr schon gegen den kämpfer wird hier schlau war meine gute tats vor ja ich würde sagen wir gehen weil das hier um ecke ist das war jetzt nicht was wir jetzt so richtig brauchen glaube ich stadt eine eurer primärsourcen wieder wenn er ein gegner mit kontrollverlust effekten bewegt aber dann heißt die kontrollverlust wollen nicht irgendwie wegrennen oder so glaube ich die gegner mit uns machen deswegen sage ich auch bringt das nicht für uns aber das ist eine quest und das hier in der nähe ja schon mal hier sind wir uns hier verrufen er ist ein schatzkoppel ja was machst du gemacht hat sich in angegriffen davon sagt dann halte ich davon ab ab zu treten ins gesicht klar seine brieftasche zum weg jetzt trotzdem eine karte aufrufen wo ich mir so ein pin gemacht hat so aus dem weg da drin ist niedergang des champions gemütlich ich aussehe wie gängig es kann irgendeine quest haben wir ja ja ich sehe auch hier kann ich da wo sind wir ja cash ist dann der traum stefe ja die späre erheben glaube ich sehe aber nichts noch niedergang sammelt mit helder blut verärzte spiel aus niedergang des champions wird hier sammeln in die stellen schnitt zurück zum podest das ist die die dungeon quest immer ja ich habe zum beispiel ein paar grüne symbole gerade hier ja 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 polen wird man gern was soll ich habe kaum noch und diese scheiße vergehen sich gegen die der sie nicht würdig sind hier musik spere es ist ausgefallen wenn wir da irgendwas finden und dahin schleppen um wie viele gegner sind da ich spiel so diese welle von gegnern droppen gehört ich habe schon wieder ich habe dann eingesammelt wo ich gesehen habe da war oder jetzt mal was legendär heiliges sogar besser als was ich habe ja 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 wovon der maximale der vereinstehlung war ja warum nicht mit zum darum sagt er mir das neueste sein aber ist sogar einer weißt du denn zum totenkopf film ist das irgendwie so ein totenkopf gesicht davon habe ich eine menge das anonymen quellen war aber nicht wo ich diese totenkopf wäre ich bin noch nicht bereit ich bin ein sammler ich habe nicht genug wo ich liebe den sound effekt wenn ich ihm wenn ich meine ultimate akuriert und den an auf einsätze der sound tut sich so ein bisschen verändern sich klingt ein bisschen heftiger ich bin noch nicht bereit dann machst du eigentlich mit deinen legendären klamotten wenn ich brauche da werde ich die oder verkauft die verwerten also auseinandernehmen ja ja ich meine aspekte gedroppt irgendwo nicht ob ich nicht wenn ich sammeln weil es irgendwie die aspekte da reinpacken muss da musst du irgendwie so so ressourcen müsste ich da irgendwie ja das ist ein beinschritt heilig legendär da muss er auch hier irgendwie so schwer irgendwie so einsammeln ja keine ahnung als ich wie die aspekte eingepackt hat da musst du irgendwie so ressourcen irgendwie so noch haben ja die köfte bei der legendäre sachen auseinander nimmt nachher sollte ich lieber auseinander nehmen das habe ich mir so besser als sie zu verkaufen mit geld kriegst du so oder so ich bin natürlich im typen verwaltet natürlich eine spinne verweist wenn märchen ist das ich bin natürlich da aber was hat war so eine falle wieder getroffen aber darüber etwa ja 3 so kann ich dann nicht mehr ein mann gibt aber eingesammelt nicht ich hatte bei mir auf dem rücken ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht ja ich bin noch nicht Oh war jetzt eingefroren aber da konnte er sich nicht mehr in der spinne ich bin noch nicht weiter paragon punkt ich muss machen wenn ihr mal nicht untersucht hat nein nein ich will nicht mehr können noch ein bisschen kämpfen noch zwei späne und nächste länge bist du glaube ich ein sammeln da gibt es hier ein ja 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 ich bin auch nicht bereit ich bin auch nicht bereit nein wir spinnen sind da ich will so ein besen die irgendwie so wegkehren ich muss machen hat schon viel gegner ich bin noch nicht ja ja hörst du das daniel immer wieder neues feld machen oder weiter ja das unendlich machen so lange gleichen abgaben er schickt ja ganz viele herausforderungen hat ich hatte die ganze zeit in die feste gedrückt ja heute das war ziemlich cool weil das hat keinen die fähigkeit hat keinen cooldown kostet keine ressourcen ich brauche jetzt eine leiche der letzte teil also wie viel gold wünscht wer daneben gebrochen kollege vielleicht behalte ich gleich eine explosion mal sehen irgendwie witzig also die explosion gehört dann hörst du nicht ne ich habe die ganze felder gesehen wie immer wieder neu gespawnt sind ja das macht schaden über zeit oder so da unten ist man nur lang ja ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht bereit ich bin noch nie ich bin noch nicht ich bin noch nicht gehen ja hat sich doch gleich mal aus ich muss sagen aus dem weg hat wieder Reaktion! Oh, gib mir das. Es hat sich gelegen. Hau das mit dem Beben wieder. Und ja, Leute, ich bin auch nicht, wer wagt sie meiner Nähe zu stehen. Aber dann hab ich abgelaufen. Nehmt du mal teil. Schleppen war es schon. Ich werde diese Speere zurück zum King bringen. Gemeinsam werden wir den Kannibalen zeigen, dass der Kranichstamm kein Schicksal fürchtet. Der Ochsenstamm ist besser. Ich bin noch der Stamm, den ich mal beigetreten bin. Was hat doch nicht, was du für ein Fiebers? Die Ochsen rules. Gold Team 4! So. Dann machen wir mal platt, wer auch immer jetzt kommt. Aber zwei Leute. Da war es doch gleich mal aus. Ich bin schon immer automatisch aus. Ich bin schon immer automatisch aus. Ich bin schon immer wieder und wieder. Warum helft ihr mir wieder und wieder? Weil wir nichts anderes zu tun haben. Ich muss mal kurz gucken. Äh. Äh. Noch ein Punkt, dann kann ich einen Glyphensockel aktivieren. So. Warte. 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 Warte erledigt. Ne. 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 Da oben ist immer noch ein. Oh. Muss schon sagen. Nur gar nicht hat Respekt freigeschaltet. Ach. Oh Gott. Du bist immer locker bleiben. Guck dir. Guck dir hier. Du bist immer schön schillig. Du bist immer locker bleibt. Guck dir hier. Ach. Guck dir mal schön schillig. ich stehe die ganze hier nur halbwegs gedrückt mein golem also ich stehe einfach ja erwarten dass überhaupt zwei handschwert aber ein sehr anstrengender kampf haben wir denn jetzt irgendwie aspekte kommen dann schon war der gehörte dazu naja das war der boss von der drei ich werde das sieht cool aus aber noch ein weiteres aspekt für unsere kollektion ich bin ganz verletzt wegen den menschen sind weil wir hier die ganze zeit eine frische luft sind ok wann spannt der weltboss 16 minuten und bis zum ende des parts ungefähr also im nächsten part ja manchmal dann zu denken da ist noch ein gebiet das können wir noch aufdecken ja dann hier außer weg die streiks der filmleute sind offiziell vorbei ja jetzt haben aufgehört zu streiken dann heißt wir kriegen wieder gute filme genau genau dieselbe qualität wie vorher noch eine festung und meint if we do der sagt das böser hat sich hier eingenistet das böse ja das böse ganz genau das natürlich ja das aber ja ging sind alle über die mauer geschwungen meine solle barrikade kaputt diese darüber gesprungen wenn ich da drauf aber einer der erzfeinde der schild ich muss weg macht die säule kaputt da ist tot aber das auto ja 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 er hat den selben angefangen ja diesen einen angefangen fliegen schicken schlagen das ist so eine druckwelle hatte mit dem angehörten dann schiebt er ein fliegen dann macht es viel schaden hat unglaublich erreicht ich habe mich immer zum weg gerade gebracht aber leicht noch mal einfach mehr ein paar wenn es hier kaputt wenn ich noch mehr schaden okay das ist schon wieder hier melke okay also mal zwei müssen gott mein gott jetzt ein bisschen chilliger ok ja wo bin ich da wieder stecken der gestank die sache stehend noch ein was warum man nicht schon wieder acht aufgestiegen ja du bist auf dem ok maximale durchschluss ich habe mich auch kurz davor statt glaube ich jetzt auch auf nein noch nicht ja jetzt bin ich auch geschnitten okay stücke reißen wie unhöflich in der eisbar waren mal noch diesen sprung angriff die kopieren mich alle gleich wenn ich das champion da kann die wahl kann die wahl und barbahnen sind nicht dasselbe da kann ich gesehen ja ich kann es auch meinen meine gelöfe die mindestens zwei leichen in der 15 prozent schadensreduktion wenn sich keine leichen in der nebe finden er macht ihr 15 prozent mehr schaden da muss ich aber hier umgehen und dann kriechen punkten intelligenz stärke stärke ich weiß nicht wie viele bekommen vielleicht ja ganz hier rum dann hat sie nämlich ein bisschen einladen aus warum diesen ein woher sind vier stärke punkte direkt hintereinander ein bisschen krass ist wo ich überlege gerade tun was meine blüfe reine kann ich die gleiche blüfe schaden während ihr ein schwer tragt während dem besagern muss sei gerne eine ruhe machen ich denke jetzt mal einfach an die goldenen gelöfen sind immer besser als die blauen er ist klar irgendwie da sind auch selten noch ein punkt ich habe noch ein punkt so frage wie gehe ich jetzt hier lang ich kann auch da lang gegen heilung durch tränke es ist jetzt nicht so weniger schaden ich gehe ein bisschen stelle ich glaube ich gehe oben lang ich habe ich bekomme noch genug punkte geschicklichkeit 12 13 13 paar punkte wenn ja wohl noch drin sein seltener knoten wütend ich glaube wir können unser trink jetzt auch hochballern aber ich habe da so ein pfeil nehmen mein trauer wir sind ja 60 wenn immer mächtiger hilfe ich bitte euch wo denn anfangs ich bin aus fleisch diese komischen wind wenn wir da immer sehen dass ich verlangsamen irgendwie ja wenn er da durchgeht ich war langsam sogar meine projekte meine auch ich habe jetzt wieder die kontakel noch ein tuch kommt noch eine schrift hier ist gottes zufrieden so viele tagebücher kämpfen uns ist schon länger in diesem tempel als ihre familien namen tragen und die die kommen werden geopfert so ist es unser brauch alles kaputt machen hier ja ich hab die säulen kaputt gemacht die säulen kaputt gemacht so auch da gibt es nicht aber 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 ich bin überhaupt nicht versteht dann das sturm da und haut mich die ganze zeit das war mir so viel schaden zu machen tut doch voll das macht mich mögen ich habe ein legendäres amulett 0,1 prozent schwächer hat die höhe aber wieder ein bisschen bimmeln die gegner oder respawn und direkt auf uns losgehen dafür müssen meine verbündeten hier sein ich weiß wie man dieses ding alleine operiert hier direkt mal die farbe einfordern stützpunkte haben wir schon relativ viel für trockenstäbe na gut na gut